Bitte gebt uns unser fruchtbares Land zurück. Ich werde über euch wachen. Ich... Nein! Alter, jetzt, jetzt! Jetzt ist alles vorbei. Freigeschaltet, Kraft erwecken, Alter. Eine besondere Kraft ist erwacht, Sohn des Drachen. Babamut, Alter! Oh, wie geil ist denn das? Alter, Alter! Alter! 2000 Glees und 50 Erfahrungspoints, Alter! Jetzt gehen wir mal zurück in die Stadt. Ich hoffe jetzt... Nein, nein, Kürampf! Und Mandy ist nicht mehr bei mir! Aua! 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 Fuck you! Laufen, aua. Aua. Ich wette, jetzt greife ich noch was. Ah, Mann. Flucht, Alter, flucht. Aua, aua. Augei. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Alter, ich habe Sephiroth besiegt. So hieß der, gell? Nicht wahr? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe zu Onkel Sid. Feuer speicher ich. Fuck, ihr, Kamihameha, Mann. Und ich habe Baba, Alter. Baba gerufen, Mann. Baba hat alle zerstört. Ich hätte mir so gewünscht, dass ich jetzt zum Super-Sertion werde und eine Genki-Dame abfeuern kann als Special. Mandy mag nicht mehr unter uns, was unter den Lebenden weilen. Doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Saint begleitet. Und ihre Kraft wird nur weich, was du den Leer-Taste gedrückt. Du Wumen, Alter. Ich kann nicht fassen, dass Mandy tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen. Mach mal ein N weg für die Annalen. Von Ahogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Also, ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte auf Saint übertragen. Damit er die Welt retten kann. Nun, seid ihr unsere einzige Hoffnung, Sephiroth zu besiegen. Mit der Kraft von Mandy werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Wir alle glauben an euch. Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Mandy nicht umsonst gestorben ist. Seidt, ihr müsst zum Mannerbaum aufbrechen. Und Sephiroth zu besiegen. Einfach allemal. Ich gebe euch mein Luftschiff. Nur damit gelangt ihr zum Mannerbaum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Enden, Saint. Freigeschaltet Luftschiff. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Okay, Boss Battle, Boss Battle, Boss Battle. Was, 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 ihr müsst aufbrechen. Ihr findet im Mannerbaum Lörtlich der schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass ihr mit dem Luftschiff dorthin gelangt. Jetzt fuck you, Erschmaler da. Fuck you, Erschmal. Erschmal speichern hier, Erschmal. Voll Dialekt und so, Erschmal. Die Melodie, die zieht mich runter. Das deprimiert mich. Ich brauche erstmal vom teuren Händler. Tränke. Morin Amur, ich muss kaufen, Drang. Leute, wie geht's euch? Was macht ihr so? Ich will irgendwie gerade... Ich kann aber auch nicht hochpushen auf mehrere Tränke oder so. Wie viele Tränke habe ich denn? 41. Ich kaufe noch neun, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. So, meine Damen und Herren, brechen wir auf zur schwachsten Zitadelle mit dem Luftschiff. Wenn das möglich ist. Natürlich steht's genau auf der anderen Seite. Wer hätte das gedacht? Egal, dann kann ich nochmal speichern. Weil ich jetzt die Taschen voller Tränke hab und mein ganzes Geld weg ist. Oh, Morin Amur, ich bin so bleib, so abgebrannt. Jetzt rächen wir Mandy und retten Haugai aus. Yeah. So, Zitadelle nördlich. Hab ich gefunden. Wieso? Ah, ich kann Babamut. Ich kann Babamut. Ich kann Babamut rufen, Alter. Babamut. Zephyros, komm hervor, zeige dich. Ich habe euch erwartet. Wow, Boss. Digga, Boss. Achso, ich hätte alles lesen müssen. Egal. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen erheilen. Der Mannerbaum soll euer Grab werden. Alter, was geht? Hallo. Stierb. Ah, fuck you, Alter. Scheiße, er bewegt sich. Nein. Ah. 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 Nein. Alter. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Er scheint Orientierungsprobleme zu haben, oder auch nicht. Eine Hand ist weg, beide Hände sind weg. Will er mich verarschen, oder so? Oh, Mann! Mann! Nein! So! Mann! Okay, ich hab den Trick raus. Wird nur schwer, ihn beizubehalten! Nein Egal in der nächsten Folge Ficken wir den Endboss Ich hab jetzt keine Stimme mehr dafür Aber wir sind beim Endboss Ist schon mal ne gute Sache Bis zur letzten und nächsten Folge Außer danach geht's Spiel weiter Was ich noch nicht weiß Shiro Games Präsent Sevo Land Und wir sehen uns in der nächsten Folge